Tina ist gerade mit ihrem Mercedes Transporter auf Tour und hat noch einige Kunden zu beliefern. Die nächsten erreicht sie in 12 Minuten. Oh nein, halt! In 45 Minuten? Tina befindet sich auf direktem Weg in einen Stau. In diesem Moment wird ihr dank Live Traffic eine alternative Route vorgeschlagen. Und Tinas Zeitplan ist gerettet. Live Traffic ist einer der innovativen digitalen Dienste von Mercedes me, die beim Fahren eines Mercedes-Benz Transporters für mehr Sicherheit und Komfort sorgen können. Um Live Traffic nutzen zu können, braucht ihr Transporter das optional abwerk erhältliche Radio Audio 40 oder die MBUX mit Navigation. Der Dienst ist nach der Aktivierung drei Jahre lang kostenlos und wird nicht automatisch verlängert. Für Fliesenleger Ben ist das nichts Neues. Er fährt einen Mercedes Sprinter und hat mit MBUX und Navigation weitere nützliche Funktionen, die sein Leben leichter machen. Ihm hilft Live Traffic nicht nur bei Stau. Dank Echtzeitinformationen wird Ben auch bei Nebel oder Blitzeis rechtzeitig gewarnt und Standzeiten können vermieden werden. Aber wo ist denn nun die nächste Tankstelle? Ben kennt sich in der Gegend gar nicht aus und langsam wird der Sprit knapp. Ben, wieso fragst du nicht einfach deinen Sprinter? Mit dem Sprachbefehl Hey Mercedes, kann Ben den Sprachassistenten aktivieren, um etwas zu suchen oder jemanden zu kontaktieren? Dabei bleiben die Hände am Lenkrad und die Augen auf der Straße. Und weil Ben die Kartenupdates regelmäßig und ohne Werkstattbesuch durchführt, findet er immer den richtigen Weg. Bei der Aktivierung der Mercedes-Me-Dienste für ihren Fuhrpark unterstützt sie ihr Mercedes-Benz-Partner. Damit nicht nur Tina und Ben sorgenfrei dem Feierabend entgegenfahren können. т.g. 1 Vielen Dank.